Dieser Lastwagen baumelt drei Tage über einer Klippe. Der Fahrer soll eine Abkürzung genommen haben, weil es glatt gewesen sei. Auf der Klippenstraße ist der Lkw dann von der Straße abgekommen, steckt dann über dem Rand einer 100 Meter hohen Felswand fest. Wenige Zentimeter weiter und es wäre zur Katastrophe gekommen. Doch zum Glück kann sich der Fahrer unverletzt retten. Die Gegend ist für Autos nicht ungefährlich. Aufgrund der sehr schwierigen Straßenverhältnisse an Berghängen kann der Abschleppdienst den Unfalllaster erst nach drei Tagen erreichen. Um den Lkw wieder auf die Straße zu ziehen, werden gleich mehrere Radlader benötigt.